Ich habe das mit den Long & Short Positionen schon erklärt, aber ich möchte nochmal kurz auf die Altcoins im Spezifischen dazu eingehen, da wir bei Bitcoin ja im Dollarwert handeln und bei den Altcoins ist das anders und das ist ganz ganz wichtig, dass ihr das mit beachtet. Wir haben hier Ethereum und ihr seht das Ganze hier oben dann schon, ihr habt eine ganz andere Quantity, sondern es ist nicht US-Dollar, sondern es ist ETH, das heißt wir handeln direkt mit Ether hier an der Stelle und würden jetzt eine Position setzen, zum Beispiel wir wollen 10 Ether kaufen bei 0,74, würden eine Kaufposition setzen, das heißt wir gehen auf Long. Und dann seht ihr hier schon wieder genau die gleichen Daten wie auch vorher in US-Dollar, diesmal sehen wir das Ganze aber natürlich in Ethereum, hier was die Positionshöhe ist und so weiter, wo wir liquidiert werden und ja die ganzen wichtigen Informationen. Es ist nur wichtig, dass ihr daran denkt, dass hier halt nicht in Dollar gehandelt wird, sondern in der jeweiligen, in dem jeweiligen Kryptowährung, die wir da haben, sei es Ethereum an der Stelle, dass man in Ether handelt oder hier bei Cardano halt, in ADA oder ja Bitcoin Cash natürlich auch, dass ihr da nicht dann anfangt Dollarwerte einzugeben, weil wenn ihr statt 10 Ethereum 7000 und Ethereum kauft, das wäre ein bisschen ungünstig, beachtet das also bitte bei dem Ganzen. Ansonsten funktioniert alles ganz genauso, ihr gebt halt einfach nur Bitcoin-Preise ein, statt Dollarpreise, wo ihr kaufen wollt und in die Höhe gebt ihr in der jeweiligen Währung an, die ihr da jeweils kaufen wollt.